Du brauchst Auszeit vor dir selber. Dein ständiges Grübeln ist so anstrengend. Dein Gehirn gibt einfach keine Ruhe. Und du bist ständig erschöpft. Deine Kreativität leidet. Du bist nicht gut drauf. Du kannst nicht mehr richtig gut schlafen. Nicht mehr einschlafen, nicht mehr durchschlafen. Du findest keine Ruhe mehr. Und du fühlst innerlich, du brauchst Urlaub. Aber du brauchst Urlaub vor dir selber. Das ist super spannend. Was steckt da dahinter? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, deinem Performance-Coach. Das ist ein extrem spannendes Thema. Denn dieses ständige Grübeln, ständiges Grübeln ist echt eine Seuche. Das ist eine absolute Seuche. Unser Gehirn sucht ständig nach Lösungen. Nicht jeder leidet darunter. Es gibt Menschen, die leiden darunter. Die haben ein ständiges Grübeln im Kopf. Denken über vergangene Situationen nach. Denken über die Zukunft nach, was da alles passieren kann. Denken ganz oft über alte Situationen nach, die nicht besonders schön waren. Sie sind ständig am Grübeln. Sie suchen ständig eine Lösung. Sie sind ständig am innerlichen Kritisieren. Sie finden einfach keine Ruhe. Und da gibt es Menschen, die haben das und die schaffen es, sich abzulenken. Wenn ihr mit euch mit etwas beschäftigt, das hochintensiv ist, zum Beispiel hochintensiver Sport, wo ihr komplett an die Kante fahren müsst, an die maximale Belastbarkeit. Da hat euer Gehirn keine Zeit zum Nachdenken. Wenn ihr Motorrad fahrt und Leidenschaft im Motorrad fahrt, dann ist es diese Zeit, wo man im Flow ist. Da sitzt du drauf, du bist mit deiner Maschine eins. Du hast keine Zeit zum Nachdenken. Vor allem dann, wenn du flott fährst, was nicht immer gesund ist. Außer du bist hochkonzentriert. Das gleiche gilt für Mountainbiken. Viele Männer machen Mountainbiken exzessiv mit hochintensiver Belastung. Die fahren Downhill. Die gehen Fallschirmspringen. Die machen Gleitschirmsfliegen. Die haben eine Briefmarkensammlung. Die sind Modellbauer. Die Tunie-Auto. Frauen, die eine tolle Küche haben. Die gerne kochen. Die gerne im Garten sind. Die gerne kreativ sind. All diese Dinge sind Maßnahmen, sich selbst abzulenken. Urlaub vor sich selbst zu haben. Und jetzt ist es die Frage, wie gut ist das? Wie gut ist das? Das ist spitzenmäßig. Denn viele Menschen brauchen auch diesen Tipp. Viele Menschen sitzen zum Beispiel ständig, grübeln zu Hause am Wochenende, weil sie ihre Freizeit nicht geplant haben. Da ist es ein wertvoller Tipp zu sagen, hey, plan deine Freizeit. Schau mal drauf, dass du am Samstag, am Wochenende was mit Freunden unternimmst. Dass du selbst was unternimmst. Dass du wandern gehst. Dass du joggen gehst. Dass du spazieren gehst. Dass du raus in die Natur gehst. Dass du Fahrrad fahren gehst. Dass du stricken, häkeln. Was auch immer. Eine Sache machst, wo du ein Zeitmanagement hast. Das heißt, du hast schon frühzeitig diesen Termin für dich selbst vereinbart. Du gehst zum Beispiel schwimmen. Du gehst zum Beispiel in eine andere Stadt. Schaust in eine andere Stadt an. Gehst laufen. Gehst spazieren. Fährst mit der Bahn von A nach B. Und gehst am Samstag in eine Stadt in deiner Nähe. Und gehst da bummeln. Gehst in einen Stadtpark. Am Sonntag hast du dir einen Termin gemacht. Du gehst morgens laufen. Du gehst mit Freunden eine Stunde spazieren. Du gehst in die Weinberge. Du hast aber im Vorfeld, hast du dafür auch einen Termin mit dir selber gemacht. Du beschäftigst dich mit was Neuem. Du siehst was Neues. Du machst was Neues. Du machst was Sportlich so Intensives, dass dein Gehirn gar keine Zeit hat zu grübeln. Das ist ein ganz wertvoller Tipp von meiner Seite aus. Denn ich sehe es bei vielen meiner Coaches, die dann zu mir kommen, dass die Händeringe natürlich auch nach so einer Struktur suchen. Weil die natürlich in ihrem Business so beschäftigt sind, dass sie danach so erschöpft sind aus verschiedenen Gründen. Aus zu wenig Sport, zu wenig Schlaf, keine gesunde Ernährung. Dass sie so erschöpft sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das Wochenende zu planen, die Freizeit zu planen. Und dann sind sie so erschöpft, dass sie Samstag, Sonntag zu Hause dahinvegetieren, ständig grübeln über das Business. Was kann ich noch besser machen? Wie ist es noch optimiert? Optimierbar. Oder im Privatleben ständig hinterfragen und grübeln. Wenn diese Menschen wieder hergehen und sich ein Zeitmanagement für ihre Freizeit, neue Dinge erleben, das muss keine Weltreise sein. Dann müssen wir nicht nach Dubai fliegen, nicht nach Hawaii, nicht in den USA. Es gibt so schöne Dinge, die wir erleben können draußen. An einer See gehen, an einer Bank sitzen, schöne Musik hören. Einen neuen Sport machen. Sich mit Menschen zu treffen. Zu kommunizieren. Sich ein neues Umfeld suchen, mit Menschen zu kommunizieren, die dort sind, wo man hin möchte. Sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Das ist unglaublich erholsam. Das ist unglaublich für den Geist. Denn wenn man es dann wieder macht, dann bekomme ich von meinen Coaches immer folgendes Feedback. Andreas, es ist unglaublich, wie sich meine Performance in den letzten Wochen wieder gesteigert hat. Was ist da los? Das ist ja unglaublich. Ich bin wieder auf einmal so kreativ. Ich habe wieder neue Ideen. Ich fühle mich so wohl. Und warum? Weil wir uns eine Auszeit vor uns selbst gegönnt haben. Weil wir uns mit Dingen beschäftigen haben, die uns so weit ablenken, dass wir nicht ständig in diesem Denkapparat am Arbeiten sind. Unser Gehirn kann zwischen 40.000 und 80.000 Gedanken am Tag produzieren. Ja, das kann das. Das Gehirn, das ist das Fantastische. 8 bis 10 Prozent von diesen Gedanken sind ja auch wichtig, überlebensnotwendig. Aber den Rest, den benötigen wir nicht zwangsläufig. Und das Krasse ist, wenn wir jetzt mal von 80.000 Gedanken ausgehen, weil es nicht super viel ist. Jetzt haben wir 8 bis 10, wir gehen mal von 10 Prozent aus, das sind 8.000 Gedanken. Wir haben noch 72.000 Gedanken übrig. Und von den 72.000 Gedanken sind 70 bis 80 Prozent. Jetzt wird es spannend. Immer die gleichen und wiederkehrenden Gedanken. Jetzt überlegt mal, wenn man da einen Teil davon ausschalten kann, eliminieren kann oder ersetzen kann durch andere Gedanken. Wertvolle Gedanken, indem man was Neues erlebt, was Neues sieht, entstehen neue Gedanken. Man konfrontiert sich mit was Neuem. Man kommuniziert mit Menschen, wenn man was Neues macht. Man nimmt neue Informationen auf. Überlegt mal, wie wertvoll das für unser Gehirn ist. Das ist dieser Anteil, sich aktiv abzulenken. Und um sich aktiv abzulenken, benötigen wir auch ein Zeitmanagement, eine frühzeitige Strukturierung unserer Freizeit. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, ihre Freizeit zu strukturieren, da nicht ganz klare Signale zu setzen, wann mache ich was, dann hat es immer so einen kleinen, bitteren Beigeschmack. So einen kleinen, bitteren Beigeschmack, dass diese Menschen schon ein bisschen hilflos sind zu diesem Thema. Dass diese Menschen nur noch arbeiten können. Dass diese Menschen außerhalb der Arbeit, außerhalb dieses ständigen Grübelns, keine Ziele mehr haben. Und genau das ist das, was man machen sollte, aktiv seine Freizeit gestalten. In Form von Aktionismus, in Form von neuen Dingen erleben. Jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende, ein, zwei Mal sogar noch unter der Woche. Um einfach den Geist frei zu kriegen. Denn wenn der Geist Freiheit hat, wenn der Geist auch mal zur Ruhe kommt, das ist wie bei einem Muskel, dann kann der sich erholen. Und ein erholter Geist trifft wertvolle, gesunde Entscheidungen. Was auch schön ist, das lasse ich jetzt noch mit einfließen, ist eigentlich nicht nur diese aktive Ablenkung, sondern ich nenne es persönlich auch die passive Ablenkung. Die passive Ablenkung ist Meditieren. Die passive Ablenkung ist autogenes Training. Die passive Ablenkung ist Musik hören und sich auf die Musik einlassen. Nur im Hier und Jetzt zu sein. Nur auf das zu fokussieren, was gerade passiert und dem Gehirn eine Auszeit geben, indem wir uns nur auf eine Sache fokussieren. Das kann Herzratenball-Vilitätstraining machen, mit Atemtraining, wie ich es mache. Das kann klassische Musik hören sein. Das kann Meditation mit Geräuschen, Qigong, Langschalen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist der andere Part zum Thema, ich nenne es passive Ablenkung fürs Gehirn. Aktive, passive. Im aktiven Ablenken sind viele Menschen instinktiv noch richtig gut. Ich sehe es gerade an meinen Coaches über ihr Freizeitverhalten, was ich nachher verfolgen kann, über Social Media, was ich beim Abfragen, bei den Feedbackgesprächen höre. Da sehe ich, okay, die sind richtig gut im aktiven Ablenken. Die suchen sich was raus, wo sie eine Auszeit haben, am Wochenende und in der Woche, haben eben ein geiles Hobby und sind in dieser Zeit free, frei vor sich selbst, frei von diesem ständigen Grübeln. Dadurch tanken die maximale Energie. Dann lerne ich wieder welche kennen, wo ich ganz genau merke, die machen das nicht mehr. Die kommen, die sind so erschöpft zum Teil durch schlechte Ernährung, durch schlechten Schlaf, durch ständiges Grübeln, durch ständige Anforderungen, die sich selbst stellen, dass sie da gar nicht hinkommen. Da heißt es Wachrütteln, da heißt es auch Schlafoptimierung, da heißt es Bewegungsoptimierung, da heißt es Ernährungsoptimierung, dass im Grundsatz wieder Energie entsteht. Dann heißt es natürlich auch mal zu gucken, was sind die Glaubenssätze, wo stecken die, die Glaubenssätze verändern und schwuppdiwupp, auf einmal entsteht diese Energie wieder. Und wenn diese mehr Energie da ist, dann entsteht auch wieder Kreativität und dann entsteht auch wieder diese Anteile zu sagen, hey, ich will am Wochenende was erleben, weil ich bin nicht mehr müde. Hey, ich bin aktiv, es geht mir gut. Und genau da rollen wir alle hin. Dieses Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Sympathikus und Parasympathikus, zwischen Vollgas und Bremsen, dieses Mittelmaß, den goldenen Weg zu finden, und das ist immer die große Herausforderung. Und genau, das ist mein Job, darauf hinzuweisen. Hinter die Kulissen zu schauen, reinzuschauen, anhand vom Verhaltensmuster, anhand vom Persönlichkeitsprofil, anhand vom Anamesebogen, vom Gespräch, vom Social-Media-Verhalten, wenn man da was sieht, zu gucken, wo ist der Bedarf, wo kann man als erstes ansetzen, wo erreicht man schneller am meisten. Und genau das ist mein Job. Und wenn du jetzt sagst, lieber Andreas, das ist geil, das möchte ich auch machen. Das ist richtig spannend. Du hast mir gerade so viele geile Dinge gesagt, wo ich ändern kann. Ich habe mich gerade selbst reflektiert, dass ich hier einen riesen Bedarf habe. Dann sagst du, Andreas, bitte, wo bekomme ich deine Hilfe? Das ist relativ einfach. Und zwar, du schaust unten in die Shownotes und die Bemerkungen, da findest du andreas-trienbacher.com. Und da gehst du rein und suchst dir deinen Wunschtermin aus. Dann hast du in Kürze einen unverbindlichen Beratungstermin mit einem meiner Mitarbeiter. Der hört sich deine Situation an. Gleich das mit dem ab, was ich anbiete. Und wenn wir dann ein Match haben, dann haben wir in Kürze unser erstes unverbindliches Beratungsgespräch, wo ich dir eine klare Strategie zeige, wie du erfolgreich das umsetzt, was du schon lange umsetzen wolltest. Und dass du die Information bekommst, die du schon immer haben wolltest, dass du nie mehr darüber nachdenken musst, über dieses Thema hast. Du weißt, wie schaffe ich es raus, aus dem ständigen Grübeln zu kommen? Wie schaffe ich es, ein gutes Zeitmanagement für Freizeit zu machen? Wie schaffe ich es, mich gesund zu ernähren? Wie schaffe ich es, gesund zu schlafen? Die gesamten Faktoren. Vorlevels. Ernährung, Schlaf, Achtsamkeit und Bewegung. Kriegst du maximale Informationen von über 30 Jahren Berufserfahrung und von über 28.000 erfolgreich beratende Online-Coachs. Die bekommst du von mir. Und somit bist du jetzt an der Reihe. Der Ball liegt in deinem Spielfeld. Du kannst jetzt sagen, Andreas, yes, ich gehe es an. Bis dahin wünsche ich dir bei allem, was du tust, ganz viel Spaß und vor allem maximale Gesundheit und krasse Performance. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.